So. Scheiße. Was tun wir uns hier an? Also, das, ja, die mit den dunklen Haaren, das ist Raven. Und die direkt hier über mir, das ist Terra. Und wer sie, wie gesagt, kennt aus My Immortal, der wird auch sehr schnell wiedererkennen, dass es tatsächlich, glaube ich, wirklich, diese zwei Gestalten sind. Danke. Was? 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 Du hast nicht gerade ernsthaft 100 Euro gespendet. Das ist doch ein Hack hier. Ich versuche gerade die ganze Zeit, ach, ich komme auf mein Leben gerade nicht klar. So, also, los geht's. Hey! Was ist das? Ich bin Raven, hier ist die Frau, die Prinzessin der Dörren. Und ich bin Tara. Und wir sitzen hier in Tara's room, rocken auf zu MCR, und celebrating 2009, oder... 2009! Vor allem, ey, das haben die aber richtig gut hingekriegt, oder? Dass die das gleichzeitig sagen, Ren und ich müssen das hundertprozentig nachmachen. Hundertprozentig. Ich möchte... Wer möchte ich sein? Hmm. Hmm. Das ist schwierig. Wer möchte ich sein? Okay, warte. Weiter geht's. Whatever. Suit yourself, humanity. Congratulations. Yeah. When you're closer to death. Anyway. So, earlier we were listening to AFI, and Tara started talking, and she was like, what do we like, and what do we not like? And all of a sudden, we started having this big, like, philosophical conversation about stuff that we like, and stuff that we don't like. And we decided that we would share it with all of you guys out there. So, we're gonna start with what we don't like first. We'll make a list. We don't like... preps. Or haters. Or haters. Yeah. This falls under a few different categories. Some of you out there have been leaving really mean YouTube-comments for us, and we really do not appreciate it. YouTube is a place for people to express their Kreativism without other people making fun of them. Die reden für mich aber schon sehr erwachsen. Kreativism. Also, wie alt sind die? 13? 14? Yeah. So, G, Nick, 68, and Nansen, 4,20. Why are you wasting your time saying all these mean things? We're just doing what we like and expressing ourselves and what we have that's deep within us that some people, most people, don't understand. And... Weißt du, du kannst jetzt sagen, oh mein Gott, die Armen. Ich habe echt Mitleid mit euch und ich verstehe das, ich verstehe das voll, was ihr da sagt, ne? Aber, wenn man sich dann mal Immortal anhört, Das ist genau wie dieses Irgendwo hungern Menschen, ja? Irgendwo hungern Menschen. Ja, Manson, 4,20. What if everyone started hating on you? Or G, Nick, 68? What if... What kind of name is that, anyway? Yeah. G, Nick. Das ist, warum? Wie heißt die überhaupt so? Anyway, so we don't like preps and, um, jocks fit into that category, too. Preps or jocks and we don't like haters. Also, we don't like Davy Havoc's new hair. I don't know if you've seen people lately, but we sure have and it's just not doing it for us anymore. I don't know what he was thinking. Was? Wer? Wer? Wessen hair? Okay, warte. Wessen hair? Davy Havoc's new hair. Okay, das müssen wir mal eben, das müssen wir uns mal eben angucken, Leute. Hair 2009. Ja, wann war dat? Ist dat von 2009? Das ist doch fancy. 2012. 2009. Hier. Hm. Das hier, ne? Ja, nun. Kann man aber mit leben. Kann man mit leben. Seiden er meint das hier. Damit kann man nicht leben. Aber das war vorher Emo, ne? Und das ist wieder so Mainstream cool. Okay, ich verstehe, dass man das vielleicht nicht so nice finden kann. Naja. Vielleicht sieht er es ja. Der sieht das hundertprozentig. Oder hat es nicht. War die Musik zu Ende? Warte, was war das? Hat sie auf ihren Einsatz gewartet? Was war das? Das war, das war komisch. Wartet mal auf sie. The number one thing we like most out of everything is being goth. And that's just... Was war das? Okay, ich warte auf meinen Einsatz. Being goth. Oh, jetzt muss ich wieder ernst gucken, weil ich... Ich ritze mich ja auch jeden Tag. Ich bin... Ich bin ein Gott. Ich bin nie glücklich. Really like and we're not going to change. Goth. And that's just something we really like and we're not going to change. And if any of you guys out there have something mean to say, go ahead and say it, but then leave us alone because we don't care and we're so over you already. It's not a hobby. It's a lifestyle. Yeah, don't be jealous. We're rebellious. Number two slash number three what we really like Edward Cullen Fight me, Edward. And Twilight. We like Twilight too. Oh mein Gott. Das haben wir alles auswendig gelernt. Bite me, Edward. Ich find sie halt echt Hammer. Number two slash number three what we really like Edward Cullen Fight me, Edward. And Twilight. We like Twilight too. But mainly we're just like Edward Cullen. Schwer aus der Atem ist. If you guys saw the movie you know how sexy he was. And I would absolutely love to be bitten by a vampire. Sorry. Aber ich war, also ich mochte die Bücher und war auch immer Edward Fan. Und dann kam Robert Pattinson im Kino und ich dachte mir nur nein. Einfach nein. Nein. It might could happen, dass ein Vampir vorbeikommt und sie beißt und sie auch zum Vampir kommt. Also es wird wahrscheinlich nicht passieren, aber it might be. Ein was-Store? Was für ein Store? A Double? Was für ein Store? Dirty Minutes. Dirty Minutes. Dirty Minutes. Dirty Minutes. Und, äh, let's see. Das ist Nummer... Okay, Nummer 5, Nummer 6. My Couple for Romance und AFI. Ganz ehrlich. Wenn die... Als die nach Hot Topic gegangen sind, ne? Diese Möchtegern-Gothics und die Leute, die da wirklich ernsthaft eingekauft haben, was haben die über die gedacht? Die müssen die doch abgehend tief gehasst haben. Ich muss aber sagen, die haben das super abgetimt, ne? Die reden sich nicht ins Wort oder sowas. Die haben das doch vorher auswendig gelernt, oder nicht? Muss ich sagen. Also, performen können so. Die Musik ist jetzt aus. Hört man im Hintergrund gerade einen Staubsauger vor der Mundi? Oder ist einfach das Mikrofon so schlecht? Das ist ganz gut, dass die mein Leben gerettet haben. Das ist ganz gut. Das letzte, die wir wirklich lieben sind unsere Supporter. Und die Leute, die für uns standen, als Gnigged 68 war, als ein Jörg. Leute wie iFlame 406 und search for Phil we really appreciate how nice you're being, even if you're just saying mean things about Gnigged 68, because a lot of people wouldn't do that. So, yeah, that was our list what we like and what we don't like. Also, die hasst ihr Leben doch wirklich, oder? Warum setze ich neben Raven? Oh Gott! Prinzess of the darkness. Aber ich hätte tatsächlich ihr, wirklich der Raven, mehr zugetraut, dass sie diese Fanfiction schreibt, anstatt sie die korrigiert. Tara, entschuldige mal, aber du hast irgendwie weniger Charakter als sie. Sie hat gelacht. Dürfen Gott sie überhaupt lachen? New Year's, New Tears. New Year's, New Tears. Yeah. Crapy New Year, New Year's, New Tears. Gut! Hätten wir das auch. Huh!